Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frontiers of Pandora mit Operbario von Holston TV. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. Dankeschön fürs Dabeisein. Oh, schön. Steh auf, verdammt! Steh auf! Oh. kommt er auch noch raus gibt es nun die blume da unten oder nicht in der markierung an wasser gesagt also bis zum wasser ich kann es nicht finden doch hier oder nicht ich habe die da profit komme zurück noch mehr soldaten ja das natürlich wieder für mich als als so fast messi denn natürlich kommen wieder herzen oder Was war das? Nichts mehr, ich komme nicht da rüber. Jetzt wird es wirklich mein Freund und dann. Menschliches Metall hat er gesagt. Nein! Er lässt sich nicht lebend fangen! Waffen im Anschlag, Leute! Haltet Abstand! Oh! Ich halte das nicht aus! Ich schaffe das! Mist! 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 Untertitelung. BR 2018 So, ich will natürlich mal erstmal noch, wie gesagt, wer mich kennt, der weiß ja, ich habe so ein kleiner Schüssel bezüglich Munition beziehungsweise Pfeilen. Ich muss natürlich noch, ich muss noch mehr Pfeile haben. Die Geräusche sind natürlich cool. Okay. Okay. Nee. Ehm, das fehlt ja auch? Das wird ja. Nee. Schade. Ich muss den doch auch, wenn die so empfindlich sind, naturverbunden sind, etc., muss den das doch richtig wehtun in der Nase oder sowas. So, das Zeug brennt. Weil eigentlich handelt das ja nicht. Ich weiß nicht, wo brennen von solchen Materialien, ne? Rückstände mit Öl und sowas. Lass mich mal gucken hier. Heiler. Keine Feile. Nee. Das ist ein bisschen... Die, die wir jetzt haben, das ist ein bisschen wenig, ne? Finde ich. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Oh, man, 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 man. Ich hoffe doch mal, dass sie auch die richtigen sind. Immer. Immer her damit. So. So, der ist natürlich... Der ist stark, ne? So. 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 Okay. So, Stöcker, Stöcker, nicht Stöcke, oder Stöcker, haben wir früher mal gesagt, Stöcker ist natürlich korrekt. Man würde ja auch ein bisschen Bildung vermitteln. Wirklich schöne große Fresse, oder? So als alter Sachse. So schön beim Zocken, weißt du, die anderen müssen alle arbeiten gehen, oder? Wo ist sie denn? Wurden wir von bisher, wenn ich nicht ganz falsch stehe, irgendwie ein bisschen links von uns sein jetzt. Oh, they're in here. Wie wenn die Boomer nicht gerade vor die Flinte laufen, das bekommt man nicht. So. 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 Okay. Deshalb liege ich Bögen. Bleib zurück, ich schaffe das. Ah, Eilen. Nahrung essen, Nahrung haben wir keine. Also wenn der Bogen so ist, waagerecht. Siebzehn Pfeile. Die müssen ja dem... Ok, die sehen uns nicht, aber ich sehe ja auch nichts. Ich habe das nicht geholfen. Ich habe das nicht geholfen. Ich habe das nicht geholfen. Was soll wir machen? Was anderes habe ich ja nicht. Du lernst schnell. Ok. Da Prophet, hast du sie? Ach, hier ist er. Hab dich gar nicht gesehen. Ich hab, ich hab. Mein Freund. Mein Freund. Mein armer Freund. Wie geb ich dir jetzt die Kapsel? Oh, sorry. Sag ich sie nicht mal. Die können wir nicht blenden, ne? Wie krieg ich denn die? Wie geht das? Was? Ja, die haben wir doch. Haben wir doch heiße geholt? Oder haben wir die verloren, oder was? Was? Wie ist das? 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 Ich dachte, ich hätte es schon gehabt. Bis zum nächsten Mal.